Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Waage Ihr Horoskop für 2024 zeigt, dass Sie starke Unterstützung haben, besonders von Jupiter ab Ende Mai. Mit Freude bei der Arbeit, möglichen Beförderungen, erhöhtem Einkommen und sogar Liebesgewinn könnten Sie dieses Jahr als äußerlich und innerlich bereichernd erleben. Glückstage sind der 8. Februar 2024, Mai und 12. Juli. In der Liebe lächelt Venus Ihnen gleich zu Beginn des Jahres zu. Ihr Liebesleben passt sich Ihren Bedürfnissen an und zwischen dem 5. und 29. April haben Sie alle Trümpfe für eine erfüllte Partnerschaft in der Hand. Ihr unwiderstehlicher Charme eröffnet Singles im Mai und Juni die besten Chancen, den passenden Menschen zu treffen. Die beste Zeit für Verlobung, Hochzeit und Familienplanung ist im September. Achten Sie jedoch zwischen Mitte Oktober und Mitte November darauf, dass ein Flirt nicht übermäßig intensiv wird, wenn Sie noch gebunden sind. Beruflich und finanziell profitieren Sie dank Jupiter, besonders ab Ende Mai. Ihr Vertrauen und Ihre Fähigkeiten machen Sie beliebt bei Kollegen und Ihre geschickte Handhabung von Geld und Immobilien wird unterstützt. Im Juli kommt ein günstiges Angebot, das Sie dank Merkur zu guten Konditionen verhandeln können. Eine weitere Chance ergibt sich im August, aber seien Sie vorsichtig mit zu viel Offenheit, da andere gerne mit fremden Lorbeeren schmücken. Die Gesundheit zeigt sich im April launisch, während im Sommer und Herbst Ihre stärkste Zeit bevorsteht. Vom 1. bis 10. August könnte eine Erweiterung Ihres Sportprogramms und eine genauere Überprüfung Ihrer Ernährung lohnenswert sein. Zeitlich begrenzte Fastenkuren und leichte Ernährungsumstellungen wirken am 6. Juni besonders gut. Am 14. und 15. September gibt der Mond Tipps, wie Sie schnell schwere Beine loswerden können. Am 14.